Musik 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 Also wir sind ja schon langjähriger Besucher der Karriere und Kompetenz und es ist jetzt mal wieder eine Freude, junge Mitarbeiter hier am Messestand kennenzulernen, interessante Persönlichkeiten kennenzulernen und es war heute Vormittag wieder sehr gut besucht. Die Karriere und Kompetenz gefällt uns sehr, sehr gut. Wir sind schon jetzt zum zweiten Mal dabei, wir waren letztes Jahr das erste Mal dabei und es hat uns wirklich so gut gefallen, dass wir auch gleich wieder für nächstes Jahr gebucht haben. Musik Wir versuchen vor allem unser Unternehmen als interessanter Arbeitgeber in Tirol ein bisschen zu präsentieren. Die jungen Mitarbeiter auf unser Unternehmen aufmerksam zu machen und das gelingt uns mit der Messe sehr gut, dass wir viele Mitarbeiter da erreichen. Der persönliche Kontakt, der gerade in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, sehr stark gelitten hat, wo wir auch nicht als Arbeitgeber wirklich so gut in Kontakt treten konnten, das ist hier ein richtig guter Platz, um Netzwerker zu schaffen und wirklich persönlich in Kontakt zu treten und eine Beziehung aufzubauen. Musik Der Vorteil ist natürlich, dass man persönliche Gespräche führen kann mit den Bewerbern, dass wir auch persönlich erklären können, was wir machen, dass wir unsere eigenen Leute aus verschiedenen Teams da haben, die so ein bisschen einen Einblick geben, wer wir sind, auch was für Typen bei uns arbeiten und das kann man natürlich jetzt in einer Printanzeige oder auch von einer Webseite nicht sogar rüberbringen, wie live und in Farbe. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020